Ja, das sind mal wirklich Breaking News und meiner Meinung nach auch einer der bullishsten News der letzten Monate. Denn BlackRock, der größte Vermögensverwalter, insgesamt 10 Billionen US-Alar verwalten sie für private und institutionelle Kunden. Die launchen jetzt einen privaten Spot Bitcoin ETF, wo ihre Kunden dann direkt in Bitcoin investieren können. Diese Nachricht kommt jetzt ein paar Tage, nachdem die Partnerschaft auch mit Coinbase verkündet worden ist. Wir werden uns einmal näher die Argumentation und die Aussagen von BlackRock im Zuge dieser Verkündung mal anschauen. Und vor allem auch mal über die Folgen davon sprechen. Was bedeutet das jetzt für den Bitcoin und den gesamten Markt? Wir werden auch nochmal über die Zinsen sprechen und die Inflation. Da gibt es wieder neue Daten, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und natürlich werden wir auch wieder hier in den Bitcoin-Chart blicken, denn dort haben wir jetzt wieder ein höheres Hoch hingelegt. Waren auf knapp 25.000 US-Dollar. Auch da wird es gleich ein Update zu geben. Falls dir dieses Video hier gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft wirklich sehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Fangen wir auch direkt mit dem Thema des Tages an, zu den News von BlackRock. Diese Ankündigung haben sie auch selber auf ihrer eigenen Webseite heute erst veröffentlicht. Also eine sehr frische News, die wir jetzt da reinbekommen haben. Und vielleicht vorweg für diejenigen, die sich jetzt gerade die Frage stellen, denn diese Frage kommt immer, wenn man solche News bekommt. Ja, warum passiert denn mit dem Kurs nichts? Ist das vielleicht gar nicht so wichtig? Bei solchen Entwicklungen sieht man eigentlich die Auswirkungen immer langfristig. Darüber werden wir auch genau sprechen, was das für Auswirkungen hat. Aber blicken wir zunächst einmal darauf, was BlackRock überhaupt hier aussagt und warum sie das Ganze machen. Zunächst einmal vom Timing her sehr spannend, wie ich finde. Letzte Woche gab es ja noch die News mit Coinbase, dass sie da eine Partnerschaft eingehen und dass die Kunden, die Aladin benutzen, die Plattform von BlackRock, dass sie dann auch direkt über Coinbase Bitcoin handeln können. Und jetzt gibt es diesen Spot Private Fund von BlackRock, wodurch dann halt auch das Ganze verwahrt wird etc. Also da möchte man, das ist die Aussage von BlackRock, einfach auch der Nachfrage nachgehen, weil sie das einfach auch sehen, dass bei den institutionellen Kunden, vor allem auch in den Staaten, die Nachfrage trotz des Bärmarkts immer noch sehr groß ist. Und da möchte man einfach diese Möglichkeit bieten. Und das ist auf jeden Fall auch schon mal eine sehr wichtige Aussage, dass das Interesse da ist, dass die Nachfrage da ist und dass BlackRock selber sehr engagiert dabei ist, seinen Kunden auch den Zugang zu gewünschten Investitionen zu ermöglichen. Also da stellt man sich nicht quer. Ich werde euch gleich auch noch einen anderen Post zeigen. Da war es auch in der Vergangenheit natürlich auch noch mal ein bisschen anders. Und man möchte ganz klar mit Bitcoin hier starten. Ob noch irgendwann andere Kryptowährungen kommen, das sei mal dahingestellt. Können wir wahrscheinlich nur darüber spekulieren. Aber an all diejenigen, die immer gesagt haben, ja Bitcoin ist veraltete Technologie, BlackRock wird sich dafür nie interessieren. Da sehen wir wieder ganz klar, dass kein Weg an Bitcoin vorbeiführt. Auch was die Nachhaltigkeit betrifft, das haben sie auch hier angesprochen. Also sie sagen, dass man da sehr zuversichtlich ist. Man verfolge verschiedene Programme, wie beispielsweise Energy Web und RMI, wodurch auch mehr Transparenz geschaffen werden sollen. Und sie sehen auch ganz klar, dass immer mehr erneuerbare Energien für Bitcoin Mining genutzt wird. Und das ist das Ganze auch ermutigt dafür, dass sie in der Zukunft das Ganze noch sauberer gestalten. Und dadurch hat man einfach auch keine Bedenken, dieses Produkt hier zu launchen. Und ich habe es letzte Woche schon angedeutet, habe euch aber die Zahlen jetzt nicht genau vorgezeigt, weil diese Rechnungen eigentlich auch nur Spielerei im Endeffekt sind. Da spielen noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Nichtsdestotrotz zeige ich euch das jetzt mal trotzdem. Es gibt verschiedene Hochrechnungen. Was würde denn der Bitcoin-Preis machen, wenn beispielsweise 0,5% des verwalteten Vermögens vom BlackRock in Bitcoin fließt? 1%, 5% etc. Hier in der Headline steht schon mal 773.000 US-Dollar pro Bitcoin. Wie kommt das zustande? Wie gesagt, es gibt verschiedene Hochrechnungen. Einmal, wenn man zum Beispiel 0,5% hat, dann würde das Ganze hier nochmal zusätzlich um 75.000 US-Dollar steigen. Und da wäre man bei 98.000 US-Dollar. Die Argumentation ist, die Hochrechnung ist, dass man 1 Billion US-Dollar Market Cap hinzubekommt. Und dann bekommt man diesen Preis. Wenn man beispielsweise 1% davon investiert, dann wären wir bei einem Preis von 173.000 US-Dollar. Und wenn BlackRock's verwaltetes Vermögen 5% in Bitcoin fließt, dann hätten wir 773.000 US-Dollar pro Bitcoin. Aber ihr kennt mich, wir sind hier nicht auf einem Moonboy-Channel. Weil solche Prognosen, solche Hochrechnungen sind nicht wirklich viel wert, vor allem nicht langfristig. Vor allem, wenn wir einfach auch nicht wissen können, wie viel am Ende des Tages davon investiert wird. Ob die Nachfrage wirklich so hoch ist, 5% ist, glaube ich, sehr sportlich. Das ist, glaube ich, erstmal sehr unrealistisch. Aber wenn nur 0,5% reinfließen würde, allein durch BlackRock würden wir 75.000 US-Dollar hinzugewinnen. Ich glaube, auch langfristig sind diese Kursziele nicht unrealistisch. Aber lasst euch von solchen Prognosen jetzt nicht verleiten und irgendwie Long-Positionen aufbauen oder irgendwie noch mehr Risiko eingehen, was ihr eigentlich sonst nicht gemacht hättet. Also müsst ihr auf jeden Fall auch die Kirche im Dorf lassen. Die News ist auf jeden Fall sehr positiv, dass das jetzt hier kommt und vor allem auch die Strahlkraft dahinter. Also das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass BlackRock jetzt hinter diesem Produkt steht. Auch wenn sie vielleicht nicht 100% von Bitcoin überzeugt sind, sehen sie diese Nachfrage. Und das werden ganz viele andere Vermögensverwalter, auch vielleicht kleinere Vermögensverwalter, nicht nur in den Staaten sehen. Es werden Unternehmen sehen, es werden institutionelle Kunden sehen. Und das erhöht natürlich auch nochmal das Vertrauen in Bitcoin selbst. Und das ist auf jeden Fall, wie gesagt, für mich persönlich einer der bullischsten News langfristig gesehen der letzten Monate. Und das mit Abstand meiner Meinung nach, auch wenn wir jetzt natürlich nicht direkt einen Kurseinfluss sehen, aber das wird mit der Zeit kommen, wenn wirklich dann die Nachfrage da ist und auch wirklich Geld über diesen Trust in Bitcoin fließt. Denn das ist hier ein Spot Trust, ein Spot Fund, wo dann auch wirklich Bitcoin gekauft wird. Und das wird auf jeden Fall vor allem langfristig seine positiven Einflüsse haben, wenn Geld da reinfließt. Ich habe es gerade schon erwähnt, das war nicht immer so mit BlackRock. Die Meinung hat sich da sehr stark geändert. 2017, der CEO von BlackRock, Larry Fink, hat noch gesagt, Bitcoin sei ein Index für Geldwäsche. 2021 hat man noch gesagt, wir sind bullish gegenüber Blockchain, aber nicht gegenüber Bitcoin. Und jetzt sind wir so weit, dass wir den ersten privaten Spot Bitcoin Fund von BlackRock haben. Also da haben wir auf jeden Fall einen Sinneswandel gesehen. Jetzt gibt es auch erste Spekulationen darüber. Es gab vor ein paar Tagen eine neue Wallet-Adresse, wo 3 Milliarden US-Dollar in Bitcoin akkumuliert worden sind, zu einem Durchschnittspreis von 23.000 US-Dollar. Hat das hier auch vielleicht was mit BlackRock zu tun oder nicht? Kann man, glaube ich, jetzt mit Gewissheit nicht sagen. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen unwahrscheinlich. Wie gesagt, die Nachfrage wird erst kommen. Die Leute werden erst investieren, die Institutionellen, die Organisationen, die Kunden etc. Und dann wird erst Geld reinfließen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt hier im Voraus schon für 3 Milliarden US-Dollar Bitcoin gekauft haben. Man weiß immer noch nicht genau, wer hier hinter dieser Wallet steckt. Vielleicht habt ihr schon irgendwas lesen können. Ich habe nichts entdeckt. Falls ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Kann auch eine Börse sein. Aber ich glaube, das wäre sehr schnell rausgekommen, wenn es eine Börse wäre. Wir haben auf jeden Fall eine sehr große neue Wallet, wo 3 Milliarden US-Dollar in Bitcoin akkumuliert worden sind. Dann noch ein paar zusätzliche Infos zu der ganzen Inflations- und Zinsthematik. Wir haben jetzt wieder US-Notenbanker, die versuchen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die sagen, ja, wir werden auch 2023 weiter eine straffe Geldpolitik haben. Wir werden auch weiter wahrscheinlich die Zinsen erhöhen. Also da merkt man ganz klar, dass die US-Notenbanker immer noch zu bullisch ist, das Ganze. Die Märkte sind noch weiterhin zu bullisch und wir sehen immer mehr Aussagen in die Richtung, dass die Märkte zu bullisch sind und dass das Ganze gefährlich ist. Ob wirklich dann am Ende des Tages das Ganze sich so abspielt, das werden wir natürlich abwarten müssen. Aber wir sehen weiterhin das Interesse der US-Notenbank und deren Mitglieder, dass man hier die Märkte weiter verunsichert und hier den Blick weiter nach unten nicht vergessen lässt. Das darf man hier nicht vergessen und wir sehen auch beispielsweise, diesen Chart hatte ich euch im letzten Monat gezeigt, aber jetzt gibt es hier auch nochmal ein Update, dass die Fundmanager hier immer weniger Risiko eingehen. Also es ist weiterhin nicht die Zeit, großes Risiko einzugehen. Deswegen habe ich es gerade auch nochmal euch gesagt, mit diesen ganzen Kursprognosen geht nicht zu viel Risiko ein. Wir sind auf einem niedrigeren Niveau als 2008 in der Finanzkrise. Also da ist man immer noch sehr vorsichtig. Es gibt aber auch ein paar gute Zeichen. Es gibt beispielsweise den Erzeugerpreisindex, Peak Inflation ja oder nein. Bei den Erzeugerpreisen haben wir jetzt auch niedrigere Werte gesehen auf 9,8% gegenüber 10,4% erwartet. Also auch da ein Anzeichen davon, dass die Inflation ein bisschen abflacht. Aber gestern habe ich es euch auch schon gesagt, das Ganze kann in Wellen stattfinden, ähnlich wie wir es im März und April gesehen haben. Also auch da bitte nicht zu euphorisch werden. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ich hatte euch darüber berichtet, dass JP Morgan Geld dafür sammelt, um die Assets von Celsius, die ja inzwischen jetzt insolvent sind, abzukaufen. Es gibt jetzt einen neuen Interessenten und zwar Ripple. Die haben einen Antrag in New York gestellt, dass man interessiert daran ist, mehr über Celsius und die Vermögenswerte zu erfahren und zu überprüfen, wie relevant die Geschäfte für sich selber sein könnten. Dieser Antrag wurde auch schon angenommen. Ob sie aber den Zuschlag bekommen, das müssen wir noch abwarten. Zur Erinnerung, bei Celsius liegen immer noch Vermögenswerte, digitale, der eigene Zelltoken oder auch Bitcoin und andere Kryptowährungen liegen da noch. Und die können natürlich in diesem Insolvenzverfahren für günstiger ergattert werden. Und was passiert wahrscheinlich mit diesen Assets? Die werden dann auf den Markt geworfen. Das hatte ich euch ja bei der JP Morgan Geschichte auch erzählt, dass die wahrscheinlich die ganzen Assets billiger kaufen möchten und dann die Profite einfahren möchten. Und jetzt hier der nächste Interessenten mit Ripple. Da werden wir aber wahrscheinlich einfach abwarten müssen, wie das Ganze oder wer da den Zuschlag bekommt. Kommen wir jetzt zum Bitcoin Preis. Wir liegen aktuell bei 24.300 US-Dollar, haben ein neues Hoch hingelegt bei knapp 25.000 US-Dollar. Also genau das, was wir hier gestern eingezeichnet haben, ist passiert. Nochmal ein höheres Hoch. Es gibt aber auch kein weiteres größeres Update jetzt zu dieser ganzen Situation. Habe ich euch ja gestern auch noch ausgiebig erklärt, wie die Situation nach oben und unten aussieht. Aber nochmal ein Update zur Liquidation Heatmap. Das hilft euch, glaube ich, auch nach oben hin. Haben wir einen Liquidierungsbereich bei knapp 25.000 US-Dollar. Also wenn wir dieses Hoch nochmal überbieten, könnten wir da nochmal Liquidierung sehen. Wir haben auch genau diesen Bereich erreicht, den wir uns gestern angeschaut haben. Ihr seht es hier, genau diese Position liquidiert. Aber vor allem der Blick nach unten darf weiterhin nicht fehlen. Ihr seht es hier, sehr viele Long-Positionen wurden jetzt aufgebaut, sodass nach unten hin natürlich jetzt wieder Long-Liquidierung stattfinden könnten. Also die Gefahr ist natürlich da, wenn jetzt immer mehr Leute geäbelte Positionen reingehen und dann versuchen, diesen Aufwärtstrend mitzunehmen, dass wir dann irgendwann wieder eine Korrektur sehen und diese Positionen liquidiert werden. Ihr seht es hier auf jeden Fall ein größeres Cluster bei 23.700 US-Dollar und hier unten dann nochmal bei 23.500. Also wenn wir nochmal unter 24.000 fallen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir hier bei 23.700 bis 500 Dollar die Liquidierung abholen, die Liquidität abholen und dann werden wir sehen, wie es weiter fortgeht. Auf jeden Fall Bullish News weiterhin. Vielen Dank, dass du bis zum Ende hier dran geblieben bist. Falls du mich unterstützen möchtest, lass gerne ein Like da. Es sieht danach aus, als hätte ich irgendwie für das letzte Video zumindest einen Shadow-Ban bekommen. Sehr wenig Leute wurden benachrichtigt. Nur 6.000 Klicks hatte ich, glaube ich, in den letzten 24 Monaten nicht mehr bei einem normalen Video. Trotzdem fast 1.000 Likes. Vielen Dank dafür. Deswegen haut nochmal alles raus für den Algorithmus. Das hilft wirklich, wie gesagt, sehr. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Ciao, ciao.